Man kann sogar subscriben, Leute, man kann subscriben und es wird im Stream angezeigt, boah, ihr müsst alles subscriben. Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Bürgerinnen und Bürger, zu einem weiteren Video. Eine kurze Erklärung. Ihr habt es sicherlich mitbekommen und die ersten Ziehungen sind auch bereits erfolgt zu diesem Zeitpunkt. Und ja, wir begrüßen den Lottostand und ja, das Glücksspiel wurde auf unserem Server integriert. Natürlich sehr umstritten im Mittelalter, aber naja, wir sind hier sehr tolerant in unserem Land und deshalb wird es auf jeden Fall hier möglich sein. Wie ihr Lotto spielt, ihr begibt euch erstmal nach Nordwall. Wir befinden uns bereits hier, aber T-Spawn Nordwall ist also der Command, um dorthin zu kommen. Äh, seid ihr hier. So, im Anschluss braucht ihr natürlich noch, oder beziehungsweise bevor ihr noch nach Nordwall euch begebt, solltet ihr auf jeden Fall euch ein Buch mit Feder craften. Das funktioniert wie folgt. Ich mache hier jetzt einfach mal provisorisch einen Werkstisch hin. Das könnt ihr hier nicht machen, hier ist nämlich das Bauen verboten, aber einfach provisorisch, um euch das zu zeigen. Ihr braucht erstmal drei Papier und ein Leder, um ein solches Buch hier zu machen. Dann braucht ihr ein Buch, eine Tinte von einem Tintenfisch überleitend und eine Feder von einem Huhn, um ein Buch mit Feder zu machen. In dieses Buch tragt ihr dann im Anschluss die euren Tipp ein. Achtung, es gibt fünf Zahlen, je 1 bis 25, keine doppelten Zahlen und keine Null. Das heißt, ihr macht jetzt einfach euren Tipp. Zum Beispiel 5, 10, 13, 24, 9 zum Beispiel. Das gibt ihr dann ab. Entweder ihr signiert es, oder ihr schreibt hier euren Namen hin. Lotto, Tipp, Mask One. Signieren. Keine Ahnung, Lotto, Mask One, irgendwie sowas. So. Dann begibt ihr euch in die Bank, in die heiligen Hallen des Kapitalismus, will ich hier schon fast sagen. Vorbei am Walk of Fame und gegenüber vom Dom auf der Homepage, Link in der Beschreibung, steht alles nochmal genauestens erklärt, wie ihr da hinkommt. Hier steht immer der aktuelle Lotto-Jackpot dran. Diese Woche also 50.000 Taler im Lotto-Jackpot. So, und hier seid ihr dann vor der Lotto-Halle angekommen. Jetzt müsst ihr nur noch Rechtsklick auf das Schild machen. Ihr seht dann in der Konsole, oder im Chat besser gesagt, euch werden 5.000 Taler abgezogen. Und dann werft ihr einfach euren Lotto-Tipp hier oder hier in die Trichter ein. Und wartet, ob Fortuna auf eurer Seite ist. Die Glücksgöttin also. Ihr müsst da ihr letztes Händchen, sage ich immer, ihre letzten Strippen ziehen, damit das gut geht bei euch. Und ja, durch das Schild eben kommt ihr wieder hier zurück. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen. Dann noch was, falls es irgendwie Wege gibt zu betrügen oder ihr werft mehrere Tipps ein oder jegliche andere Betrugsversuche mit irgendwie 10 Zahlen im Buch oder sonstiges, wird natürlich mit einer Disqualifikation vom Glücksspiel auf Lebenszeit bestraft und sollte deswegen gut durchdacht sein. Beziehungsweise, ja, man sollte sich das natürlich zweimal überlegen, ob man das natürlich in Kauf nehmen wollte. Und zudem, auf dem Server geht natürlich eure Reputation auch verloren. Das heißt, wenn ihr missbaut, das vergisst man natürlich nicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Maseg Won und ja, ich bin raus. Das heißt, ich bin raus.